es geht weiter leute was wieso fällt der runter junge ich hab den eingefroren ich verarsch mich doch nicht ja der geht nicht ich hasse dich so hart wie kann man so ein stück scheiße sein alter junge wie blöd bist du der räumt mich einfach mit ab jetzt ist doch durch ich lecke was ist das denn 700er ping junge ich hätte so hart reingemacht und dann kommt das gibt's ja wohl nicht alter ich lecke immer noch ich kann mich nicht bewegen ich backe komplett rum das ist ein scheißwitz alter das kann da gar nicht jetzt geht's wieder toll scheiße was ist das alter da krieg ich schon wieder das kotzen eine ohne witz maaaann das kann doch nicht wahr sein das ist ja schon wieder los oh mann ey was du scheiße wirklich wir sollten vielleicht alle aufhören computerspiele zu spielen nein ich hab meine gefühle und emotionen im griff meine damen haben sie gesehen ne juhl ist das stumpf ey digga das kann auch wirklich nicht sein es sind immer millimeter wo die eher dran kommen geh doch weg mann du bist gebremst weil du zum ball wolltest was für nix gesehen mann ey ich werd nur gerammt oh ich werd auch gerammt ey Junge HALDO HERBAUFWICHSCHOKAM NOCH EINMAL UNTEN es gibt was ey Junge da krieg ich aber zu viel nein Junge der hat mich hier fünfmal nein warum weg wir also ist das lächerlich Junge man dieser fette Kevin alter er rammt mich da 10 Jahre alter ich hab zu viel ey ein wichser alter oh aua das tat richtig weh das tat richtig weh ey das ist ein witzig komm immer zu spät fuck oh mein Junge fällt zu oh man ey Junge da ist der Anti-Made-Made wieder alter oh man ich hab nichts gesehen ach man aber nicht aufregen dann 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 brauchst du wieder nix MANN ich fahre doch in ihn rein nicht aufregen wird einfach komplett auseinander getübelt alter ey der macht schon wieder so nen Hackbäcker ohhoho Junge als ob der den genau gegen das Landkreuz macht äh was denn das oh was das denn ey das ist der bestimmtste Zeitpunkt mich zur CSGO einzuladen ich raste aus was war das denn alter Junge du weißt nicht was grad passiert ist alter willst du mich verarschen Alter wenn der jetzt nicht reingegangen wäre ne also dann hätte ich echt gelieft weil ich hätte den einfach nur ins vor schieben müssen und du ziehst mir die Beine weg komplett unnötig Junge alter wenn der nicht reingegangen wäre ne dann hätte ich irgendwas kaputt gemacht und erstmal ein halbes Jahr nicht mit der Rocket League gespielt ohne Witz das kannst du schon wieder nicht erzählen so ne scheiße verloren na 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 besser voll edel gestealt aber 2 GB da unten ist nicht so lange bei dir oder? oh der geht oooohh ne eigentlich nicht ey das ist schon wieder so lächerlich alter ne lass mit Valorant spielen dieses Spiel kotzt mich hier schon wieder an ha 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 MAAAAN man kann ja nicht reingehen ha 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 Junge Junge ey Let's go schau